Aber so nicht. Den habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, das ist auch bloß so eine Level 50, Gorka. Aber der war wohl einen Ticken höher. Und ich habe meine Ausrüstung aufgewertet. Ich würde ihn gerne nochmal machen. Ja, genau. Ja, eben. Der Schleichangriff macht keinen Schaden, ey. Okay. Der hat Gorka, der hat gar nichts, ne? Ja, und das, genau. Bin ich mal gespannt, ob man es schaffen. Ich glaube schon. Den hat man ja schon so ein bisschen runter. Wie denn der Hund da jetzt? Nein. Ja, blocken. Sehr gut. Hier, R. Ich muss bloß ein bisschen mit meinem Adrenalin aufpassen. Ups. Ja, daneben. Ja, sehr schön. Ja, sehr gut. Hier, gleich nochmal. R. Sehr schön. Mist, jetzt kommt ja gleich ein neuer, ne? Ja, schön geblockt. Ich muss mich gleich erst mal um den anderen kümmern. Ja, sonst geht der mir voll auf den Sack. Die ganze Zeit. So. Ja, wie gesagt, geht mir nicht auf den Sack. Hier, du als Ascha. Nein. Nein. Okay. Nein, ich hänge am Pferd fest. Ohohohoho. Meine Güte, ey. Nein. Ich habe voll geblockt eigentlich. Aber fand doch nicht so. Hier. Ja, sehr gut. Der ist schon mal erledigt. Wurde schon sagen, jetzt sehe ich ne, was der Kollege hier macht. Na? Ja, schön. Blocken ist immer wichtig. Jetzt ist er eh vergiftet. Nein. Ohohoho. Ja, nimm das. Boah. Puh, der ist echt anstrengend. Nein. Wurde eigentlich gerade er machen. Oh, schön geblockt. Jetzt können wir er machen. Hihihi. Die Hälfte haben wir schon runter von ihm. Ja, so nicht. Nö, so ohne. Aber so. Naja. Schön. Nein, 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 nein. Boah. Ich habe eigentlich voll gesehen, dass er das machen will. Juhu. Geblockt. Der Hund. Ich werde verrückt. Nein, nein. Ah, ich habe die Verstaste gedrückt. Ah. Oh, Mann. So was doof ist. Aber den kriegt man. Verdammt. Ist Auslegungssache. Was man in dem Jahrzehnt erlebt hat. Meine 20er waren auch schon nice. Danach ging es langsam bergab. Gibt es eigentlich noch stärkere, noch Söldner? Oder warum gibt es keine Gruppen mehr von Feinden? Keine Ahnung. Und du fängst die... Das Mann ist an. Den holen wir uns. Das ist ein bisschen... Ich hätte mir vielleicht Asch-Ausrüstung holen sollen. Aber naja. So, komm. Solange wie der Gift drinne hat, ist der kein Problem. Das Problem ist, wenn er kein Gift drinne hat, ist er durchaus ein ganz schönes Problem. Naja, komm. Blocken. Dann geht das schon. Ja, er. Genau. Diesmal war die richtige Taste erwischt. Ja, schön. Da blocke ich doch. Ja. Glaubst du, das geht weiter? Nichts. Blocken. Genau. Nein, nein. Ich habe doch... Oh Mann, ey. Ich habe doch voll geblockt. So gemein. Ja, gleich noch mal. Naja, ich mache es anders. Seit ich die 30er erreicht habe, sage ich immer, ich bin 29. Zahl oder Buchstabe. Bin gleich wieder da. Hab Telefon. Jo. Kein Problem. Ich hänge an dem wahrscheinlich noch eine Weile dran. Vielleicht sollte ich mir erst mal Ausrüstung holen. Ich muss mir den mal kurz markieren. Ich will den haben. Aber ich will erst mal kurz zum Schmied eiern. Bevor ich mir den hole. Der Schmied war hier drüben. Weil ich mache ein bisschen zu wenig Schaden. Mit ein bisschen mehr Damage und ein bisschen mehr Rüstung sollte das dann eigentlich gleich gehen. Ich speichere natürlich gleich nochmal. Also ich bin nur 29.H. Das ist gut. So, müssen wir eigentlich verkaufen. Wir haben jede Menge Gelumpe mit. Müssen wir jetzt... Ah ja gut. Komm, mach mal. Wir verkaufen, was hier geht. Brauchen die Kohle. So, den hier. Ist ein Kriegerding. Nö, brauchen wir nicht. Die hier können eh alle weg. Die sind ja nicht lila. Ich bin nämlich am überlegen, ob ich mir... Ausrüstung für... Also Kriegerausrüstung behalten will. Das Ding hier ist eigentlich ganz cool, aber... Dann auch wieder nicht. Das hier ist auch nicht so cool. Level 51. Krieger, Giftschaden, kritischer Schaden. Ne. Das ist nicht unbedingt das, was ich haben möchte. Wäre Klingenschaden. Adrenalin pro Treffer. Boah. Nein. Jäger sowieso nicht. Nochmal Jäger. Nochmal Jäger. Nö, nö, nö. Das wollen wir alles nicht. Danke. Ist die Zeit eigentlich angehalten? Es sieht nie so aus. Attentatschaden. Nein. Also eigentlich schon, aber die anderen Bonis, die gefallen mir nicht so. Da muss ich gerade mal ablehnen. Das muss dann schon was cooles sein. Das hier zum Beispiel. Kritischer Schaden, alle Schäden. Achso, das ist ja auch die Waffe. Deswegen ist die auch so low vom Level. Wenn ich mir die immer aufgehoben habe. Die hier kann weg. Was haben wir hier für lustige Helme? Schwertschaden, 18%. Kriegerschaden, 10%. Attentatschaden. Das Ding ist gar nicht so schlecht. Das Ding ist gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Krieger, Attentatschaden. Nö, das nicht. Das auch nicht. Schäden, Chance auf kritischer Treffer. Das ist auch in Ordnung. Können wir mal behalten. Jäger, nö. Nö. Was ist das hier? Hier habe ich sogar Ends mit einer Gravur. Habe ich die angehabt oder was? Verrückt. Oder habe ich die mit Gravur gefunden? Jetzt werde ich aber komisch hier. Kritischer Schaden bei voller Gesundheit ist ganz okay. Was haben wir hier? Jäger. Nö, Jäger ist sowieso egal. Attentatschaden. Chance auf kritische Treffer. Das hier ist besser. Dann machen wir den hier mal weg. Dann kann der auch weg. Schwere Klinge. Nein. Nehme ich nicht. Will eigentlich beim Schwert bleiben. Wenn der ne Jäger wäre, wäre der cool gewesen. Schade drum. Und den hier, den habe ich mir aufgehoben, ne? Wahrscheinlich schon. Auch wenn da nie Bombe ist. Hier haben wir kritischer Schaden bei voller Gesundheit. Kritischer Schaden bei niedriger Gesundheit. Und Jäger. Ne. Sorry. Nochmal Jäger. Ne. Was wollt ihr alle mit euren Jägern? Na, das hier ist mittelprächtig. Aber was besseres haben wir gerade, ne? Kriegerschaden, Sperrschaden. Ne. Sag mal hier. Attentat, Bewegungsdrinkung. Das ist ganz cool. Ach ne, bei niedriger Gesundheit. Ah ne, das ist nicht cool. Sorry. Alle Schäden und Feuerschaden. Ne. Das ist auch nicht das, was ich unbedingt suche. Chance auf kritische Treffer bei voller Gesundheit. Ja. Und, äh, Soldatenschaden ist nicht cool. Dann lieber das hier. Der ist besser. Dann kann der weg. So, gut. Dann haben wir alles verkauft und durchgenommen. Können wir die jetzt alles schön aufwerten. Verbessern. Hier, meine Freunde. Mach den mal schön auf Stufe Max. Und dann können wir uns den Herren da nochmal angucken. Den Söldner. Ich hoffe, der ist jetzt nicht abgehauen. Bei dem würde ich es noch zeigen. Was ich hier jetzt für ein... Für tolle Waffen abführen. Man könnte natürlich gucken. Ja, ich habe jetzt nichts, ne? Dann das Zeug hier ist nicht ausgebaut. Das ist halt alles so ein bisschen doof. Ich muss den jetzt hier... Ich will den jetzt hier mit der Ausrüstung machen. Wo ist er hin? Wo ist mein Söldner? Tausend! Warte mal, wo ist denn der hingeeiert? Vor allen Dingen, was bist du für einer? Der ist ja bis so ein... Stufe 85! Stufe 85! Ja, ne, ist klar, ne? Wir fangen hier... Ich versuche den. Stufe 85. Ja, ne, ist klar. Und wir hatten den schon über die Hälfte runter. Wenn ich den schaffe, bringe ich ihn im Dreieck. Sag ich euch. Die will ich jetzt so schaffen. Da bin ich ja jetzt doch so ein bisschen... Ja, angeteast. Wenn wir den schon zur Hälfte runter hatten. Der macht... Der hat vor allen Dingen Kefeuer. Und da er Kefeuer hat, ist er ganz okay schaffbar. Ja, Phobos, gib Gas. Unser Ziel reitet davon. Der ist bloß Level 85. Ja. Das ist nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte. Ich habe irgendwie was mit Level 55 erwartet. Nie, Level 80. 85. Hm. Ist doch normal. Für deine eigenen Schaf findet man sau selten was. Aber andere Kombis und Charakterliste zu überhauf. Ja. Sonst wäre es zu einfach. Das stimmt. Einmal pusten. Der 85er ist Geschichte. Ja. Da machen wir uns jetzt hier keinen großen Hackmaid. Den hauen wir um. Den will ich jetzt aber echt haben. Also. Jetzt wo ich gesehen habe, dass der 85 ist. Und wir den schon über die Hälfte runter hatten. Da bin ich jetzt doch so ein bisschen... Scharf drauf, ne. Natürlich doof, dass der abgehauen ist. Ich stelle mich neben den. Speichere. Und dann ist er... Dann hacke ich den. Den schaffen wir bestimmt. Alter, die... Das Gaul wieder so langsam ist. Der Gaul. Das Gaul. K.G. Das K.G. Das Kackgaul. Bist du jetzt hier hier drinne? Natürlich ist er hier drinne. Okay, dann müssen wir halt mal klettern. Ich hoffe, es mischt sich kein anderer seltener ein. Weil der Kampf würde ja einen kleinen Moment dauern. Bin am überlegen, ob ich versuchen will, auf ihn drauf zu hoppen. Als Ausstoß. Man kann natürlich auch versuchen, ihn die ganze Zeit mit Attentaten zu machen. Das macht aber keinen Schaden. Also können wir es uns auch einfach mal sparen. Geht schon wieder gut los. Ja. Hier, nimm das. Alter, ich drücke die Zeitverlangsamungstaste und das Spiel sagt, nö. Gibt keine Zeitverlangsamung gerade. Nein. Nein. Ich muss nicht mal ein bisschen mehr anstrengen. Aber er macht nicht mehr ganz so viel Schaden scheinbar. So nicht. Ja, blocken ist immer gut. Hier, komm. So, ich hoffe, die Zeitverlangsamung klappt. Ja, danke. Sehr gut. Nein, ich habe sie selber abgebrochen. Du gut. Nein. Alter, Level 85. Nix drauf, der Gurke. Äh, der Gurke. Die Gurke. Ja, block ich doch. Alles, kein Problem. Jetzt kommt dieser Hund hier. Ja, nimm das. Ja. Misch dich doch einfach ein. Ja, nix ist. Verzieht euch. Mit so vielen habe ich keinen Bock. Ja, sieht mich noch. Huch. Was ründen die alle? Warum sind die alle scharf auf mich? Meine Güte, ey. Was habe ich denen getan? Mache ich hier irgendwas? Dass die mich alle wollen? Ich würde jetzt so gerne auf den Tropf hoppen, aber das bringt nix. Asch, wenn der aufhört zu suchen, geht das? Ja, ja, ich mache sofort Meldung. Alles klar. Sagen wir mal, ich kann mal was versuchen. Ich habe einen Baum gebracht. Jetzt gehe ich wieder. Das ist alles nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, dass wir den Saal so gut kriegen, das habe ich mir eigentlich ohne so vorgestellt, aber es klappt. Was ich mir besser gewünscht hätte, ist, dass die mir die andere Säcke noch mit auf den Sack gehen. Vor allen Dingen, jetzt ist da hinten auch wieder einer. Es wird immer beknackt da hier. Ich würde gerne auf einen draufhoppen. Einfach, um wieder Adrenalin zu kriegen. Das wäre super nice. Nein, 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 nein. Verziehe dich. Was soll das, ey? Ah, das ist so nervig. Weil die alle keine Ruhe geben können, ne? Den 5,8 schon alleine. Ja, sicher. Komm, kletter einfach ein bisschen. Alles, kein Problem. Geh doch aus der Hocke raus. Alter, wie viele sind denn hier? Das habe ich verbrochen. War eigentlich ganz lieb. War ich. Hier, ich heim mich sogar. Alter, wie viele sind denn das? Vor allen Dingen, wo ist jetzt der 5,8 schon hin? Ich muss mir den mal markieren, bevor der verloren geht. Alter, wie viele da jetzt sind. Den muss ich eigentlich fangen, ne? Der 5,8 schon ist super zu fangen. Der ist top für das Boot. Hier, markier mir den bitte. Ja, dankeschön. Um die anderen... Wieso sind hier so viele? Das ist echt der Wahnsinn, ey. So wird das nix. Ich weiß nicht, was die alle von mir wollen. Ich habe gedacht, ich bin eigentlich ganz lieb. Abgesehen davon, dass ich halt einen Söldner angreife. Aber das ist ja normal, oder? Das macht man doch so. Das ist fast, als wäre ich aus Versehen in der Burg drin, aber bin ich nicht. Ich habe jetzt auch mal ganz schnell hier gespeichert. Ich hoffe jetzt gleich hier wieder auf einen drauf. Ja. Ja, komm. So. Sehr gut. Keine Ahnung, was ihr wollt. Ihr Kollegen. So, ich hoffe, mein Söldner ist noch irgendwo. Was will er denn? Hier. Geh einfach. Haben sie alle verzogen. Ja gut, der ist auch hinüber. Sehr gut. Ah, da hinten ist mein Ziel. Ich weiß nicht, warum die alle feindlich hier sind. Das ist irgendwie komisch. Ich hätte nie gedacht, dass hier alle feindlich sind. Ich war immer schon dazu bestimmt, ein Krieger zu werden. Die sind doch nicht feindlich. Meiner verzieht sich jetzt. Ich wette, der ist auch wieder halb runter. Von seinem, äh, äh, wieder geheilt, meine ich. Wir hatten den halb runter. Hier, moin. Genau. Was willst du? Was wollt ihr jetzt von mir? Kann ich hier nicht mal in Ruhe meinen Söldner machen? Kletter doch, ne Mädel. Echt, an jedem Ding muss die erstmal klettern. Noch? Feuer, Feuer. Ja. Hatte ich. Verziel dich. Ja, wenn das. So. Dieser komische Fisch hier. Oh. Das ist vorbei. Okay. Rieche ich mich nicht auf. Sehr gut. Kommt leider nächste. Ah ja. Komm. Ja, dich blocke ich einfach und dann blocke ich dich nicht. Hier, nimm mal ein R. So ein bisschen Höchstleistung. Die klettert wieder. Ich wollte doch bloß einen schweren Angriff machen. Warum sind Tasten 50.000 mal belegt? Hallo? Alles gut? Ah. Was ist dein Problem? Dass du in der Ecke festhängst. Kann ich verstehen. Da hätte ich auch Probleme. Ach, jetzt ist wieder gut oder was? Ja. Komm. Sehr gut, den haben wir auch. So, wo ist mein Opfer eigentlich hin? Oh, wieder sonst wo, ne? Wieder sonst wo. Der einzige Mensch, der so rumturnt. Ja. Bin halt. Der ist doch schon wieder sonst wo. Wenn die mir nicht alle so auf den Sack gegangen wären, hätte ich den voll geschafft, den 85er. Aber ich würde den jetzt haben. Für mein Boot. Level 85. Der hat übelste Fähigkeiten. Der ist top. Der Mann. Wo ist er denn? Da unten. Der ist gerade so weit weg. Ja, Gaul. Beile dich. Wir haben ein Ziel zu erreichen. Äh. Die Frage ist. Werden wir den bewusst loskriegen? Weil theoretisch. Ja. Ist das Pferd jetzt tot? Halt hier nicht verfügbar. Ups. Ähm. Ja. Ach ja. Riech mich nicht auf. Keine Zeit für dich. Ich hab da hinten ein Opfer. Ich werd den auf jeden Fall versuchen. Anzuwerben. Das wird wahrscheinlich schwierig. Man muss den ja. Ja, ja. Erst mal runterkriegen. Wieder bis sonst wo hin. Ja. 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 Per Hinterhalt hole. Ja. 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 Das hat ein Gift. Ja. 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 Deswegen lass ich mich jetzt nicht mehr erwischen von dir. Geh weg mit deinem Gift. Ja. Vor allen Dingen ich will. Irgendwo wo ich nicht klettern kann will ich kämpfen. Wenn ich darf. Na komm. Nein. Nein. Glück gehabt. Sehr gut. So. Jetzt geht's wieder. Asch mal wieder schön Gift drauf. Dann macht er nämlich keinen Schaden mehr. Ja. Sehr gut. Hier blocken. Nochmal ein R hinterher. Oh ja. Wir sind schon auf einem guten Weg Richtung Hälfte. Das findet er auch. Ja. Nochmal den. Ja. Nein. Oh oh oh. Was der dabei trifft. Na. Jetzt kommt wieder ein. Das gibt's doch nicht. Ah. Diese Kack. 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 Verkacktes Holz. Ich und mein Holz. Ah. Geh doch mal weg. Hmhm. 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 Du kannst Phibus wieder rufen. Der stirbt nicht. Der stirbt nicht? Ich hätte gerne geheilt. Aber es ging ja nicht. Und das. So nicht. Ja. So. Nochmal. Ich muss mehr Gift auf ihn drauf kriegen. Habe ich mir gedacht. Solange wie er vergiftet ist, ist alles gut. Nix ist. Das Problem ist, dass ich ihn nicht, nicht so richtig sehe. Ja. Ja. Ja gut. Nein. Nicht diesen. Er macht nur Unsinn. Na. Ja. Ich weiß. Du hast kein Gift mehr. Aber ich gebe dir einfach ein neues Gift. Blocken. Klar. Ja. Ja. Hier. Nimm das. Kollege. Und ein bisschen Zeitlupe. Hmhm. Ich sehe die Skills gar nicht. Rübe im Weg. Achso. Stimmt. So. Alter. Hör doch mal auf. Ja. Ja. Blocke ich. Dann gleich wieder ein R hinterher, weil er schon wieder Gift mehr hatte, der Kollege. Ja komm. Weißt du willst mich aufregen? Macht nichts. Ja. Nimm das. Alter. Die Zeit wird mir auch noch nicht ready. Komm. Ja. Sehr gut. Der rächt mich öff. Ja. Ich hoffe die mischen sich jetzt hier näher ein. Wenn ich hier gerade so gut dabei bin. Aber es sieht voll so aus, als würden die sich einmischen wollen. Ja komm. Oh. Geh weg. Ja gut. Blocken. Nice. Alter. Jetzt gehen die mir wieder alle auf den Schnürsenkel hier. Warum seid ihr überhaupt hier? Ja. Komm. Zieh dich. Zieht euch, ey. Das rächt mich schon wieder auf. Können die mich nie in Ruhe lassen mit dem? Mann. Oh Mann. Oh Mann. Es war so klar. Ich hatte den schon so weit und dann kommen wieder Idioten an. Was macht denn der Hund da? Kann ich nicht immer in Ruhe fliehen hier? Der ist alleine. Warte. X ist. Hier. Nein. Oh. Ach komm. Das war so klar. Weiter wieder Idioten kamen. Egal. Nochmal. Den krieg mal. Diese Kackwachen. Warum können die mich nicht einfach mit dem in Ruhe lassen? Sonst jedes Mal. Jedes Mal mischen sich keiner ein. Aber wenn ich mit dem 85er kämpfe, dann müssen die sich einmischen. Ich meine, das ist ja noch nicht schwer genug. Da kann man ruhig nochmal einen drauf geben. Ja, verzieh dich. Okay. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal.